Lieber Azezockt, herzlichen Glückwunsch zu deinen 100er Apponenten. Das wollte ich doch nochmal loswerden heute. Das Video heute um Azezockt. Und ich habe ein bisschen im Videoarchiv geplant, lange bevor ich bei YouTube war. Ich habe den Azezockt nämlich mal besucht und der hat nämlich mal an Schnupftabak gerochen. Bis gleich! Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zurück. Der diverses Kanal ist heute wieder da und zwar möchte ich heute einen sehr guten Kumpel von mir einmal gratulieren. Der hat schon etwas länger den einen YouTube-Kanal als ich. Und eigentlich hat er mich auf die Idee gebracht, mal so einen YouTube-Kanal zu machen. Ich möchte mich da recht herzlich bedanken. Ich gratuliere hiermit ganz herzlich dem Azezockt zu 100 Abonnenten in seinem Gaming-Channel. Wenn ihr mal auf meiner Seite guckt und dort rechts guckt, dort ist dann, da steht angesagt und da ist er denn mit bei, ganz oben mit bei, Azezockt. Ganz herzlichen Glückwunsch von mir für deine 100 Abonnenten. Ja, ich habe, Matthias, ich sage mal so, ich habe mal ein bisschen im Videoarchiv geguckt und habe da mal was gefunden, als wir bei dir waren in Hoyerswerda. wo wir über Nacht gefahren sind. Und das zeige ich jetzt einfach mal. So, wir sind hier bei Azezockt. Wir sind ehrlich angekommen, in deinem Kaff. Ey, das Kaff ist gut. Na ja, alles voll geparkt hier. Wir mussten da 10 Kilometer an der Nebenstraße parken. Soll ich jetzt ein Video ran oder was? Was? Bei YouTube oder was? Ach, Quatsch. Alles privat. Erzähl mal, was freut dich gar nicht, dass wir da sind? Na, ich habe eigentlich so um 4 Uhr und 5 Uhr gerechnet. Nee. Wir haben ja gesagt, ihr seid in Berlin mal Zahnarzt und dann noch Stunden gebraucht bis dahin. Ach, schnell geht sind wir. Wir hätten hier runtergefangen, der Cottbus, ne? Ja. So, haut ihr mal rein jetzt. Schlafen oder was? Ja, muss er aufmachen. Da an der Seite. Genau. Nach oben oder was? Ich will es dann hier abziehen. Ja, und nein. Ja, nach oben. Ja, ich will es dann hier ab. Ich will es dann hier nehmen, man. Ich will es dann hier. Das ist ein Gelumpe, ey. Was ist das, ey? Ach, Quatsch. Schnack nicht so doof, ey. Das ist gut. Was haben wir denn noch Schönes hier? Wer könnte dir denn mal gefallen? Hier, Alpina. Der ist nicht so stark. Der ist ganz gut. Ich habe alles in der ganzen Sammlung. Er ist doch fertig im Leben, ey. Oh, dann hast du ja noch schon mal. Ach komm, der ist gut. Ja, der geht dann noch, aber der wird ja recht, der wie meiner eigentlich. Ja, das waren die Videos. Ich würde sagen, wenn du 200 Abonnenten hast, lasse ich mir noch was Besonderes einfallen. Wir werden dich ja sowieso dieses oder nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal besuchen. Und dann bringe ich nochmal ein bisschen was Besseres als Schnupftabak mit. Und dann habe ich gesagt, hätte ich ja Bock mal auf so einen Crossover. Ich spiele den Trainsim und du nimmst Schnupftabak und reviewst den mal. Ich finde, das sollten wir festhalten. Alles klar. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war nett. Das ist jetzt auch nicht irgendwie groß, sollte das hier nicht um Schnupftabak gehen, sondern das war einfach an meinen guten Kumpel bei YouTube, dass ich den mal einen kleinen Gruß da lasse. Schaut es euch an, macht einen Daumen runter, macht einen Daumen hoch. Ist egal. Das war eigentlich nur für Arzt, er zockt und war eigentlich als Witz gedacht. Okay, bis dann. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit den nächsten Reviews. Tschüss. Tschüss.